Die Essenz des Qigong 3 Einfaches Organ Qigong Die Essenz des Qigong 3 ist ein einfaches, effektives Organ Qigong, das aus neun Übungen besteht. Das Programm besteht aus zwei Teilen und hat eine Gesamtlaufzeit von 34 Minuten. Es beinhaltet zwei Vorbereitungsübungen, und zwar Wecke das Qi und Konzentrisches Öffnen und Schließen. Dann folgen fünf Organübungen im Hauptteil, und zwar Lunge, Herbst, Metall, Niere, Winter, Wasser, Leber, Frühling, Holz, Herz, Sommer, Feuer, und Milz, Spätsommer und Zwischenjahreszeiten, Erde. Zum Abschluss noch zwei Übungen, und zwar für den dreifachen Erwärmer und für den kleinen himmlischen Kreislauf. Das Besondere an diesem Programm ist, dass wir bei der Milzübung ein Mudra nutzen, um mit der Hand die Energie der Erde aus dem Boden zu ziehen, um sie aufzunehmen. Hier eine Detailaufnahme für das Handmudra. Um die Handposition zu verdeutlichen, nehme ich ein Wasserglas zur Hilfe. Wie ist das? Wie ist das, dass die Be todash Eurof climate gemacht? Wie ist das? textoсл early, Scheafft du am governmentsmektion. DIE E feb습니까? Was die Handlung ist, wenn man um Dennoch dumm metabolismo verte 몰라,